Schnell ne Heilung rein. Da bist du doch. Fuck, den haben wir nicht erwischt. Zack, 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 zack. Hä, immer noch nicht. So, jetzt grühe ich mir hier noch. Alles in Ruhe an. Zack. Okay, geschafft. Die Brokkur. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die Polis erreiche? Das weiß keiner. Aber das können wir herausfinden, indem wir eine Taste drücken, um fortzusetzen. Diesmal die Leertaste. Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung getötet zu werden. Hä, meinst du ich? Arschloch. Schnell eine Gasmaske angesetzt und weiter geht's. Licht an. Äh, haben wir hier. Man rennt hier mal so schnell lang. Nicht, dass man hier irgendwie mal was übersieht. Komm, John, ich bin hier. Hier ist Zeit. Komm, John! Auf! Auf! Gut! колonsens! succes 많이. Haha, witzig aber. 3, 4, ah 4 war die. 3, 2, ah 4 war die. Oh, den Kollegen hat es hier aber auch nicht verfett. Ich habe auch schon ein Licht ausgemacht. Okay, sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Wie wird's? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Wow. Wow, das war meine Klarz. Schnell, schnell, schnell. Boah, warum kriege ich dauernd diese Idioten an? Aber hier liegt noch einer. Ein Einsturz, Mist. Und eine Treppe, wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf, gehen wir. Achso. Ich bin schnell rübergesprungen. Ich bin schnell rübergesprungen. Ich bin schnell rübergesprungen. Wow, war doch gerade so richtig knapp. Vergessene Katakomben. Die Marktstation war nicht mehr weit entfernt. Aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Und eine Taste zum Fortfahren drücken. Na, verdammt. Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wäre und stecken wir auf einem beschissenen Frito fest. Atiom, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszufinden. So, ey. Ah, danke. Ein Ersatzfilter. Rastige Sticks. Sean, öffne dich. Antion, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht steht. Denk an unsere Abmacht. Ich zähle auf dich, Junge. Komm schon. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes. Ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ja, meine Herren, ich rufe dich. Ja, immer her. Immer im Himmel. Oh, ja. Komm, komm, komm. Jetzt bin ich glücklich. Deine Lieder sind herrlich. Sing weiter. Sing nur für mich. Oh, ja. Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Das wünsche ich keinem Feind. Ja, ja. Keinem Feind wünschen. Weißt du, du bist härter, als du aussiehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Wäre schade, wenn wir so kurz vor dem Ziel gefressen werden. Ist hier denn was? Wofür es sich rüber lohnt? Da. Schnell rüber. Wow. Ist aber gut eingesackt, aber... Ich hoffe, wir haben alles erwischt, aber einen Teil konnten wir mitnehmen. Wo ist ein... Ähm... Wow. Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Böben bringt uns schon rein. Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben. Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Wow! Mist, Kerle! Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammten aus alles! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Adjom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Wow, wow, wow! Ach, diesmal sollte ich ihn werden. Besser nachladen. Ach, diesmal wird. Ach, diesmal ist징. otive Ich verstecke mich mal so ein bisschen hinter ihm, nicht, dass ich Angst hätte, aber er will schon gerne gefressen werden. Aber die Waffe ist gut gegen Nuzales. Du, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer die Nuzales aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Oh, ich glaube, der Bourbon hat da so seine Schwierigkeiten. Oh, ich gehe jetzt hier hinter. Markt. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Und wie es weiter geht, erfahren wir in der nächsten, oder erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Metro 2033. Ich danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.